Bereits heute stellt der ICE 4 die größte Anzahl an Fahrzeugen eines Types in der ICE-Flotte der Deutschen Bahn dar. Bis Ende 2023 sollen insgesamt 137 Fahrzeuge dieses Typs gebaut worden sein. Dabei werden sie in unterschiedlichen Ausführungen, nämlich in 12-teiliger, 13-teiliger und 7-teiliger Ausführung gefertigt. Von den 12-Teilern sollen insgesamt 50 Stück gebaut werden, ebenso wie von den 13-Teilern. Und von den 7-Teilern sollen insgesamt 37 Stück gefertigt werden. Somit stellt der ICE 4 also aktuell das Flaggschiff der Deutschen Bahn dar. Die Ausschreibung für die ICE 4 Züge begann im Jahr 2008. Damals sahen die Planungen für die Fernverkehrsflotte der Deutschen Bahn allerdings noch komplett anders aus. Es war nämlich geplant durch die ICE 4 Züge die Intercity 1 Garnituren bis 2020 zu ersetzen und später dann auch durch die ICE 4 den ICE 1 und ICE 2. Ursprünglich sollten bis 2012 zwei Vorserienfahrzeuge in den Testbetrieb mit Fahrgästen gehen. Dies wurde dann allerdings verworfen. 2010 gab die Deutsche Bahn bekannt, dass Siemens als bevorzugte Anbieter die neuen Züge genommen werden soll. Die Preisverhandlungen zogen sich dann über das Ende des Jahres 2010 hinaus, sodass der Kauf bei Siemens im April 2011 von der Deutschen Bahn bekannt gegeben wurde. Die Vertragsunterzeichnung fand dann am 21. April 2011 medienwirksam statt. Der Vertrag sah damals vor, dass 130 ICE Garnituren ab 2016 ausgeliefert werden sollen. Der Vertrag wurde im Laufe der Zeit mehrfach abgeändert. So wurden teilweise Züge abbestellt, allerdings die Bestellung auch insofern verändert, dass mehr 13 Teiler als ursprünglich geplant worden kommen sollen. Die aktuell final geplante Beschaffungsmenge von 50 13 Teilern, 50 12 Teilern und 37 7 Teilern stammt aus dem September 2018. Produziert wurde der erste Wagenkasten für den ICE 4 im März 2014. Im Dezember 2014 wurde dann die erste fünfteilige Einheit in Hennigsdorf nach Wegberg-Willenrad für erste Testfahrten überführt. Die ersten Hochtastfahrten für den ICE 4 fanden dann im September des Jahres 2015 statt. Die Zulassungsfahrten fanden dann im Wesentlichen im ersten Halbjahr 2016 statt und wurden dort auch abgeschlossen. Von 2016 bis Ende 2017 fanden dann ein Probebetrieb mit Fahrgästen zwischen Hamburg und München mit den neuen ICE 4 Zügen statt. Ab Ende 2017 kam der Zug dann in den planmäßigen Verkehr und auch auf immer mehr Strecken und somit auch an immer mehr Orte in Deutschland. Mittlerweile ist der ICE 4 an jedem größeren Fernverkehrsbahnhof anzutreffen. Der ICE 4 ist im Übrigen auch ins Ausland unterwegs, nämlich in die Schweiz, über Basel, nach Zürich und darüber hinaus nach Interlaken oder Chur. Werfen wir nun einen Blick auf die technischen Daten des Zuges. Alle ICE 4 können mindestens 250 kmh schnell fahren. Einige ICE 4 können bereits heute 265 kmh fahren. Perspektivisch sollen alle Fahrzeuge durch Software-Updates auf 265 kmh Höchstgeschwindigkeit zugelassen werden. Die siebenteiligen ICE 4 sind insgesamt 202 m lang. Dabei verkehren sie auf gewissen Abschnitten auch in Doppeltraktionen, wodurch dann eine 404 m lange Garnitur erreicht wird. Aktuell werden sie vorwiegend zwischen Köln bzw. Düsseldorf und Berlin eingesetzt. Demnächst soll aber auch der Einsatz auf der ICE-Linie von Dortmund nach Berlin starten. Die zwölfteiligen ICE 4, welche aktuell die höchste Stückzahl im Fuhrpark aufweisen, sind 346 m lang. Die 13-Teiler sind insgesamt 374 m lang. Ein einzelner Mittelwagen ist dabei 28,7 m lang und ein Endwagen 29,1 m. Alle Wagen sind im Übrigen mit 4 Achsen ausgestattet. Das heißt also, ein 13-teiliger ICE 4 weist sage und schreibe 52 Achsen auf. Die Höhe des ICE 4 beträgt 4,1 m und die Breite 2,85 m. Auch beim Gewicht bringen die Züge einiges auf die Waage. Ein 7-Teiler wiegt fast 400 t beim Leergewicht, ein 12-teiliger ICE 4 wiegt 675 t und ein 13-Teiler sogar 736 t leer. Das Design des ICE 4 kommt insgesamt etwas scharfkantig und vielleicht auch klobig daher. Die Front besteht aus einer lang nach vorn gezogenen, allerdings nur leicht spitz zulaufenden Schnauze. Diese beherbergt zum einen die ebenfalls nach vorn gezogenen Frontlichter und ein Spitzenlicht bzw. natürlich auch Hecklichter und die Frontscheibe. Zwischen den beiden Spitzensignalen ist außerdem ein DB-Keks zu finden. Unterhalb der Spitzensignale befindet sich dann eine sogenannte Bugklappe, unter dem die scharfen Bergkupplung versteckt werden kann. Bei den 12- und 13-teiligen ICE 4 wird die scharfen Bergkupplung im Regelbetrieb nicht gebraucht, sondern lediglich zum Rangieren. Da die 7-Teiler ja häufiger in Doppeltraktion unterwegs sind, werden diese an der einen oder anderen Stelle hier gebraucht. Die Front ist dabei größtenteils in Weiß, allerdings auch mit grauen Elementen gestaltet. An der Seite zieht sich dann die weiße Farbe weiter entlang, allerdings gibt es hier ein schwarzes Fensterband und einen roten Zierstreifen. In jedem Wagen, auch in den Endwagen, gibt es immer zwei einzelne Schwenkschiebetüren. Bei den langen Wagenkästen ist dies allerdings auch nötig. Die Türen sind sowohl mit einem Türöffner als auch mit einem Türschließknopf ausgestattet. Mit in die Fensterbereiche an den Türen integriert ist ein Fahrgastinformationssystem, welches den Start- und den Zielbahnhof, die Zugnummer und die Zwischenhalte mit anzeigt. Die Züge haben eine Einstiegshöhe von 76 cm, allerdings ist das Innere nur über Treppen erreichbar. Um die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante zu überbrücken, besitzen alle Türen Schiebetritte. Und damit begeben wir uns auch in das Innere des Zuges. An den Türen wird man direkt von weiteren Fahrgastinformationssystemen begrüßt. Diese zeigen ähnliche Informationen wie bereits die FIS von außen an. Jeweils an einem der beiden Wagenenden gibt es dann immer zwei Toiletten pro Wagen. Dies gilt allerdings nicht für das Bordbistro und den Wagen, wo sich die Mehrzweckbereiche befinden. Die Toiletten sind einfach ausgestattet mit Waschbecken, WC und Spiegel. Sitzplätze hat der ICE 4 eine ganze Menge zu bieten. Insgesamt 444 gibt es in den Siebenteilern, 830 in den zwölfteiligen ICE 4 und 918 in den 13 Teilern. In der zweiten Klasse sind die Sitze dabei größtenteils in 2 plus 2 Bestuhlung angeordnet. Es gibt allerdings auch Vierer-Sitzgruppen. Die Sitze sind dabei gepolstert und mit dem typischen Fernverkehrssitzmuster ausgestattet. An der Kopfseite besitzen sie natürlich Ohrenbacken und auch Kissen für ein gemütliches Reisen. Die Kissen werden aktuell ausgetauscht gegen dunkelblaue Exemplare. An jedem Platz gibt es auch Tische. An den Zweiersitzgruppen natürlich Klapptische zum Vordersitz hin und an den Vierer-Sitzgruppen große Tische. An jeder Zweiersitzgruppe gibt es dann außerdem noch eine Steckdose. Und auch Abfalleimer gibt es an jedem Sitzplatz. Damit auch genug Platz für das Gepäck ist, gibt es in den Großraumwagen zum einen am Gang großzügige Gepäckablagen und natürlich auch unterhalb der Decke noch einmal Gepäckfächer. Darüber hinaus kann man sein Gepäck natürlich, wenn man möchte, auch unterhalb seines Sitzes verstauen. Die Beleuchtung im Zug kommt von zwei langgezogenen LED-Lichtstreifen, die sich durch den Zug ziehen, entlang der Gepäckablage. Einer von beiden ist seitlich angeordnet auf jeder Seite und einer unterhalb der Gepäckablage unter der Decke. Die LED-Lichtstreifen können von der Farbtemperierung her modifiziert werden, sodass sie auch orangenes bzw. noch wärmeres Licht ausstrahlen können. Dies sorgt besonders im Winter und abends für ein angenehmes Reisen. An der Decke finden sich in den Großraumwagen im Übrigen auch noch einmal Fahrgastinformationsbildschirme. Der ICF hier ist auch in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Zum einen gibt es einige Wagen, welche einen sogenannten Ruhrbereich besitzen. Hier sollten dann so wenig Geräusche wie möglich gemacht werden, um Leuten das Schlafen bzw. konzentrierte Arbeiten zu ermöglichen. Wie bereits angesprochen, gibt es auch einen Wagen mit Mehrzweckbereichen. In diesem befindet sich zum einen eine barrierefreie Toilette, darüber hinaus auch ein Kinderabteil und barrierefreie Plätze. Hier können dann sowohl Kinderwägen abgestellt werden, als auch Rollstuhlfahrer finden Plätze. Benachbart zu diesem Wagen ist dann das Bordbistro bzw. Bordrestaurant. Hier können dann warme und kalte Speisen sowie warme und kalte Getränke zum Mitnehmen, aber auch zum Essen im Bordrestaurant bestellt werden. Das Bordrestaurant besitzt hier Sitzbänke mit roten Lederbezügen und großen Tischen. Hier gibt es eine 2 plus 1 Bestuhlung und nur größere Sitzgruppen, also 4er oder 2er Sitzgruppen. Wer sich ins Bordrestaurant setzt, wird in der Regel vom Personal bedient und muss nicht sich an der Theke anstellen, um zu bestellen. Das Bordrestaurant stellt außerdem die Trennung zwischen 1. und 2. Klasse im ICE 4 dar. In den 7 Teilern gibt es insgesamt 77 1. Klasse Plätze und in den 12 und 13 Teilern sowohl als auch 205 1. Klasse Plätze. Hier gibt es allerdings eine 2 plus 1 Bestuhlung, deutlich breitere Sitzabstände und Ledersitze. Außerdem gibt es hier pro Sitzplatz immer eine Steckdose. Am Ende des Zuges, wo sich die 2. Klasse befindet, gibt es außerdem ein Fahrradabteil. Dieses ist allerdings reservierungspflichtig, wenn man sein Fahrrad mitnehmen möchte. Der ICE 4 ist auf jeden Fall ein viel diskutierter Zug und der eine mag ihn oder der andere nun mal nicht. Dazu habe ich deshalb bereits ein weiteres Video zum ICE 4 gedreht, was ihr in der Infokarte verlinkt findet. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich daher über einen Daumen nach oben und einen Kommentar zu diesem Video freuen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den ICE 4 findet. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche zu einem erneuten Video wieder. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüss. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. 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 Vielen Dank.